Weiter geht's, weiter steht's, wir sind am stehen, lalalala. Ja, du sollst leben, mein Freund. Okay, ab wann sind die nächsten Spots offen? Das dauert immer ein bisschen, ne? Ah, ne, sind schon. Ab geht's, ab geht's, oh na. Ich weiß, dass wir hier immer früge Sniper kamen. Oh, Claymore, ist das ne Pussy, Alter, wie mies war das denn, bitteschön? Oh, scheiße. Wer den Tod gab noch verflucht, du kacke, Alter. Eingegürbte, Idioten. Ja, wie vorhin in dem anderen Video schon gesagt, wir spielen Wash und... ist auch mal übelst cool. Oh, scheiße, ey, du kommst da nicht durch. Jetzt haben wir das Problem wie die, ne? Ja, sch... Mal aufs Sniper gehen. Mal die kleinen Drecksbussis da wegrotzen. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger. Ich bin da nicht... Okay. Ich hab kein einziges mal gestorben und hab noch keinen einzigen kill Jawoll, einen weggesnipert hier wieder, jawoll, jetzt gehts los hier Achso, der kann mir nen Hedgehog geben, ja, mit Sicherheit Ja, so offen wie du da liegst Ich steu hier oben drauf, wo ich bin, da siehst du alles Mit nem Rotpunkt, du siehst hier Jawoll, nächster down Ach, mach das mal wieder Laune Ganz wohl nicht draußen Ach, ich hätte auch mal nachladen sollen Im Zug, im Zug, linke Seite PKP-chnik, auch 6000 Meter Entfernung Ach nice Lol, da hat er dich grad geschüttet, äh Der hat mich gesnipert, auch 600 Meter Entfernung Mit dem PKP Lol Ja, dich auch Ich hätte schon zweimal halt geschüttet Der rottet da alles weg, ne, kann das sein Wenn du da bist Das war ein Headshot, was ist das für ein Scheißdreck? Ich bin mir irgendwie fuhr. Aufpassen, mein DG-Fützen-Gesicht ist over. Ich krieg den da nicht. Scheiße, ey. Wenn wir den da wegkamen, dann können die Leute durch. Leute, der ist down. Boah, glückgehaft. Das ist doch gerade echt die Fasche. Ja, die Leute, wieso wie? Ups, Granade habe ich scheiße geworfen. Entweder machte ich schon den Fall. Ich wasche gerade als Sniper. Mach A scharf. Nein, jetzt wurde ich gemessert. Nein. Fuck, ey. Als Sniper gehe ich. Doch, hat doch geklappt. Als Sniper müssen wir hier reinwaschen, um dass die Leute hier nicht schissen kriegen oder was. Jetzt beschwert sich unser Teamkollege, dass wir alle nur Sniper sind. Ja und, ist doch so... Ja, kack nun, halt. Bloß, dass ihr nicht kann. Ähm. Keine Ahnung, wo wir sind, aber da wollen wir lieber wieder herkommen. Granate! Scheiße! Ich stehe vorne im Spot und du machst alle down. Mit der Pistole, alter. Hätte ich mal eine andere Waffe gehabt, wäre es lustig geworden. Ist denn jetzt schon eine Bombe hochgegangen? Nee. Ich werde das immer wieder nicht programmiert. Hier kann man nicht mal in einem Zugwaggon rumfliegen. Und dann? Scheiße! Wir haben jetzt nur noch eine typische Metro-Situation. Loll, wie kommt denn jetzt einer hinter uns? Oh, er rotzt da alles weg. Hallo, was denkt ihr, das ist eine Granate! Du kriegst Granaten, wieder Schluss. Ach, Scheiße, ey. Ey, von überall da oben, ey. Typisch diese Assi-Stellen jetzt. Tja, das ist Metro. Ja. Das ist das Beschissenste an dem ganzen Spiel. Ja, dass wir das bis heute noch nicht behoben haben, ne? Einfach einen Gang mehr mit rein machen oder so, ne? Wie ist der Smoke denn hier? Da war ein bisschen Salz. 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 Ja, vermerk doch nicht alle, meine Fresse! Alter, alles Bebenschen nur. So, jetzt alles zugelebelt. Ach, Scheiße! Wie kann man denn zu der Fensterseite? Alter! Oh lol, ich muss auf eine andere Waffe gehen. Ich wasche hier mit da als Sniper. Das geht ja gar nicht. Oh lol, jetzt lass mich bitte liegen. E-Gedrückt halten. E-Gedrückt halten? E-Gedrückt halten, wenn du es nicht respawnen willst. Ging nicht. Wenn du wiederbelebt wirst, einfach E-Gedrückt halten. Nicht bewegen, nur E-Gedrückt halten. Okay. Aber jetzt hat's nicht gepasst. Anpassen. Äh, wir nehmen einfach Sani. Nee, hier. Raketenwerfer ist das hier erlaubt. Ah, ich geh jetzt mal einfach davon. Ach, Scheiße! Wo spawnen ich denn? Ich trockle. Das ganze Team muss sich auf einem Punkt versammeln und hoch... mit Smokegranate und einfach hochrushen. Anders... anders geht das einfach nicht. Oh, Rauchgranate hab ich schon mal geladen. Ja, ich bin jetzt hochgerannt, aber... pfff. M320 smoke, mach M320 smoke rein. Und jetzt gehen wir noch hinten. Na ja, jetzt smoke alles zukommen. Mal weiter, weiter, weiter. Ja, ola ho. Ja, Claymore! Ich werd nicht mehr! Wir sind oben drin. Wir sind oben drin. Die Flanke. Jaaaa! Ich bin gleich durchgelaufen. Ja, und dann treff ich den Pappen einmal jetzt nicht. Weil ich zu hibbelig... Ach komm! Ja, die haben uns vorhin genauso abgezogen. Ja, die haben uns vorhin genauso abgezogen. Oh mein Gott! Geh doch rein, du! Bleib da auf der Treppe stehen! Mann, Leute! Hm, ich bleib auf der Treppe! Hm! Ich bin über mein drittes Bein gestolpert! Ja, ich bin über mein drittes Bein gestolpert. Ja, ich kann mich nicht mehr drittes Bein gestolpert. Vielen Dank.